einmal auf Trefferpunkte, einmal auf Panzerung, ich glaube auch einmal auf Sauerstoff, also alles drei, äh, weitere Dingsbums konnte ich nicht machen, weil mir dazu der, die, ja, das Material fehlt. Ich habe gerade, ich kann Panzerung nicht. Du kannst Panzerung nicht. Ja, okay, das ist ein bisschen blöd. Ich habe noch Luft gemacht einmal. Das ist auch in Ordnung. Es geht aber eigentlich im Moment noch, aber ja. Schaden kann es ja letztendlich nicht. Und vielleicht finden wir... Also, ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Äh, welche Etage wollen wir? Ach, keine Ahnung. Und wir können nur 1 oder 2. Ja, ist ja gut. Ich merke schon, es ist so richtig toll heute. Ach, du für eine Waffe, Alter. Ja. Ja, sagt euch, ich habe schon so eine andere. Ist auf jeden Fall irgendwo ein bisschen besser, finde ich, als die andere Pumpe. Das ist logisch. Minipack. Drücke Dingsbums und wähle... Achso. Ja gut, das weiß ich. Was habe ich denn hier? Wie, was hast du denn? Schwerer Standrahmen. Ja, das ist... Ach so. Ups. Das ist, ähm, wenn du bei der Bank bist und so, kannst du deine Waffe ein bisschen aufbessern. Das ist, ähm, wenn du bei der Bank bist und so, kannst du deine Waffe ein bisschen aufbessern. Abspielen. Voll, Alter. Was mich hier oben so gibt. Verstanden, Werf. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Was ist denn hier oben? Ekelhaftes. Ach ja, wegen den Leichen da auf dem Boden. Das Laufboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arft des Universum. Okay, Leute, beeilung jetzt. Bekaufski, du rufst Admiral Greg. Apple, du meldest dich bei Carbo auf. Und jetzt deine Schlau. Setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. Dann wird's mir hoch, oder was? Ähm, wenn das ist blaue Dings B-Dingsbums, sagt, dann müssen wir da hoch. Ich hab selbst noch nicht mal geschaut. Aber die Tür ist ja noch verriegelt. Und B sagt, da rein. Na, drück doch B. Ja, ist gut. Und drück ich mal in B. B sagt, da rein. Aber wir kommen dann noch nicht rein. Sprich, wir müssen erst mal auf eine andere Stockwerke. Heißt, ich noch mal ein kurzes Verschiff an. Ähm, wo sind wir reingekommen? War das hier oder da? Ah, hier unten, ja. Gut, wir haben halt eine andere Stockwerke, ist ja kein Problem. So, Fahrstuhl, bitte. Na komm. Ja, hier haben wir ein Partner, ist da. Na komm, Macher. So. Und jetzt Fahrstuhl, wir wandeln mit zwei, wir gehen jetzt in drei. Äh, eins. Komm, jetzt jetzt. Oh, cool, lange auch noch nicht mal mehr zahlt, das ist ja noch toller. Oh, Mann, oh, Mann. Na komm. Na komm. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Ja, ein Stockwerk ist anscheinend ja so drei Kilometer lang. Geh, du mal vor. So, ah ne, Moment, hier waren wir doch schon. Ja, ist hier eben dein, dein... ...Charakter eben ein bisschen verbessert. Ich denke nicht, dass wir uns zu lang fühlen. Okay, dann müssen wir hoch. Komisch. Aber muss vergessen, zu klicken. Gut, fahren wir halt nochmal kurz nach oben. Auch wenn der drei Stunden Zugfahrt. Ey. Sei froh, dass ich nachlassen... ...äh, nachladen musste. Ne, Moment. Hab ich auch den Mund nicht zu? Ja, hab ich. Ich kann wieder nicht schiefen. Hab ich schon ein Großschreiben drin gehabt. Das ist nicht so. Ne, hä? Ah, geht doch. So, öffnen. So, wie gesagt, B sagt, wir müssen da hoch, aber... ...die Tür sagt, ne, du kommst ja nicht durch. Was macht man da jetzt? Improvisieren. Dynamit hast du nicht mit, ne? Wo? Was willst du? So. Ja, nee, schon gut gewesen. Müssen gucken, ob hier irgendwo ein Knopf ist oder so. Hier ist noch irgendein Kasten. Ah, Upgrade-Plantiner. Hier, wo ich bin, weil du mich vermisst. Komm mal mit. Hast du die Platinen mitgenommen? Die kriege ich automatisch. Tja. Äh, wo bist du denn jetzt hin? Du bist unten, oder? Das hören wir auf. Das ist ein Radio, oh mein Gott. Du bist... Hä, warum bist du jetzt da unten? Möchtest du, was da passt? Ja, weil hier eine Tür ist oder sowas wie Pfeiffer. Kurzschluss-Indi... Ah, okay, wir müssen ja irgendwie Kurzschluss-Indizieren. Dreh langsam für blau, Schwachstellen und drücke dann... Linke Maustaste. Achso, ich muss... Ich muss... Ich muss irgendwie... Kurzschluss... ...äh... 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 ...verdammt. Was müssen wir da machen? Wenn du eine Stelle hast, dann links klick drücke. Eine blaue, oder was? Ja, so eine blaue Stelle. Hä? Mal schauen, ob's klappt. Du schaust es endlich. Ich bin halt ein Profi-Knacker. Ja, ja, so ein kleiner Hacker. Ich komm noch frisch auf den Knacken. Das lass ich mal unkommentiert. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. So... So, wollen wir mal gucken. Ist ja auch mal schön. Ne, anscheinend nicht. Doch, Kippsen. Oh, die sind ganz viele. Ja, gut, aber mit denen kann man nicht interagieren. Das ist ein bisschen... Aber gutes Auge. Kippte! Ja, die Katze... Weiß, bin ich müde. Die Katze schön zer... Oh! Oh! Ich frag, was läuft mir ab? Aber hier, du spielst erstmal ein bisschen. Geht denn das? Geht gar nicht. Ich glaub, du kannst es nicht spielen. Ich geh wie geil aus. Mach mein Screenshot von der Auge. Glauben wir mal. 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 Nächsten Mal, wenn der Umstand steht, speichern wir mal mit dem Schluss. Es ist ein bisschen blöd, dass man nicht viel schaffen. Ja. War einfach so langsam. Na ja, gut, hättest du nicht gesagt, ja, hier von wegen, äh... erst eine halbe Stunde später, nachdem du wieder da warst? Naja, egal. Ja, 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 ja. Ja, immer auf mich schieben. Nein, ich will jetzt nicht mal nicht schieben. Ja, ja, ja. Aber ich mein, du sagst, ja, du trainierst jetzt so 20, 30 Minuten, bist du wieder da. Nee. Den schattest du auch. Haben wir auch lange nicht mehr. Erstmal jetzt wollen wir wegschließen. Na komm, mein Freund. Verdammt. Was sollte die Chine sein? Warum sollte die Chine sein? Geht auch ohne. Soll ich doch. 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 Ja, eine Kiste. Und dann muss er so im Boden lag. Fühltraug an, Dings und das an. Denkst du nicht an. Denkst du hier. Danke. Nein, das ist zu spät gemacht. Kuh, denkst du an dein Leben. Warte, ich hab den die Beine weggeschissen, der bleibt immer noch stehen, der Sack. So. Ups. Nee, gut, hier hinten ist nichts mehr. Ich glaub, wir müssen mehr vorwärts. Ähm, auf die roten Kanisse da unten nicht unbedingt schießen, weil... Die machen Bogen. Ach so, ja, gut, du kannst auch einfach mitnehmen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Idee. Soll ich doch. Soll ich doch. Erst recht für die Gegner, ja. Die hier erstmal so ganz gemütlich zu mir kommen wollen. Alter, stört. Komm her du, ich zerstampfe dich. Ah, es ist eklig. So. Ich höre ein Geräusch zum Piepen. Oh nein, das ist... Ach so, du warst jetzt irgendein. Gut, äh... Aua. Wo kommst du denn, ja? Wird mal schön drauftreten, genau. Die immer so herkommen. Ah, darunter will ich irgendwie noch nicht. Aber ich glaub, da müssen wir ja gleich runter. Was ist denn in der Kiste? Kann ich dir irgendwie reichen? Nee. Und die komm ich schon nicht mehr? Ja. Tür zu? Richtig. Ja, die ist halt verriegelt, da können wir noch nicht weiter. Gut, wir gehen mal halt einen kurzen Augenblick. Oh, Katzi. Fass es nicht an. Eine Schildkröte. Könnte doch mäßig sein. Sieht ja immer oder weniger wirklich aus wie eine Schildkröte. So, drücke 3, um den Sucher-Bot auszurüsten. Na ja, gut, wenn wir den gerade hier kriegen, ähm... Halt, Recht, Klasse, äh... Recht, Maustürste gedrückt und folge dem Radar drücke. Gott sucht nach Ressourcen und bringt sie zur Bank. Oh, ist ja niedlich. Ne, gut, suche erstmal. Ich will dich mal einsammeln. Alter, ich will dich einsammeln. Ich hab meine Schildkröte verloren. Gut, hier haben wir was. Ne, da oben ist die Küste. Nichts, ne. Warte. Gut, hier irgendwo was? Nein, alles so leer. Was ist denn los? Wo ist mein Sucher-Bot? Schildkröte. Wo ist denn hin? Ich kann dir eh nicht aufwarten, du Idiot. Ist weg. Hey, gut, egal. Fortschritt wird gespeichert. Ja, gut. Ich will hier grad noch die Gegner weg töten, bevor der mich töttet. Wo bist du? Ach, ja, hier oben auf der halben Schräge. Schießt er hier schon irgendwo? Ach, du bist da oben irgendwo. Aber da kommt grad die nächsten Gesellen. Ja. Wo denn? Komm noch mal runter hier in den Raum. Äh, also die Treppe runter. Die Leiter, genau. Und die Schräge hier hoch geht's weiter. Aber ich würde sagen, das ist ja erstmal im nächsten Part. Von daher, man sieht sich ja denn beim nächsten Mal. Du brauchst mir dich. Danke. Tschau Leute. Tschö. Tschö. Tschö.